Wir vier lösen jedes Rätsel. Wir vier sind das beste Team. Hi Leute, wir freuen uns gerade riesig, denn wir dürfen euch demnächst ein super spannendes neues Projekt von uns vorstellen. Jeder, der schon mal TKKG oder die drei Fragezeichen gehört hat, der darf sich auf jeden Fall auf etwas freuen. Unser neues Projekt heißt Wir vier und das sind vier Freunde, die super viele Abenteuer erleben und Rätsel lösen. Und das allerbeste ist, dass wir das Ganze gleich in drei verschiedenen Formaten zu euch bringen. Und zwar wird es das Ganze als Buch, als Hörspiel und sogar als Spiel geben. Ihr dürft euch also auf jeden Fall auf etwas gefasst machen. Wir haben da super viel Zeit und Herzblut investiert und sind selber sehr gespannt, wie euch das Ganze gefallen wird. Bleibt also auf jeden Fall dran, denn wir veröffentlichen jeden Tag immer mehr Details darüber und freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr bei der Veröffentlichung dabei seid. Und das beste Team mit Willi, Robin, Edda und Isa wird dir nichts geschehen.